Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute schauen wir uns nochmal das Thema Cress an, beziehungsweise den Cress Airdrop. Alles Wichtige, was ihr letztendlich dazu wissen müsst, für alle die bei Cress schon dabei sind, das heißt, oder halt eben auch Lust haben bei Cress mitzumachen. Ja, bevor wir ins Detail rein starten, kann ich ganz kurz noch eine Info, was Cress ist. Die Webseite dazu ist getcress.io, Link dazu packe ich in die Videobeschreibung rein. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, auf auch einen PC oder halt eben auch Helium Miner Cress zu installieren. Das ist so eine Art Traffic Node, das heißt, Cress wird halt eben dazu verwendet, um im Internet Suchanfragen künstliche Intelligenzen zu starten. Das Grundprinzip ist ähnlich wie andere Traffic Nodes, wie zum Beispiel Honeygain, nur mit dem kleinen Unterschied, dass hier wirklich nur Daten abgerufen werden für künstliche Intelligenz, das heißt für AI Learning, das ist das Ganze, das heißt, euer Internetanschluss, eure IP-Adresse, das sollte im Normalfall nicht für andere Geschichten gebraucht werden, das heißt, es hat auch niemand anderes die Möglichkeit, sich hier quasi für eure IP-Adresse einzukaufen und quasi mit auch einem Anschluss Schindluder zu betreiben. Nichtsdestotrotz ist bei solchen Geschichten immer Vorsicht geboten. Bitte do your research, informiert euch bitte selbst, bevor ihr letztendlich bei sowas mitmacht. Ja, und wir sind auf jeden Fall auch mal gespannt, wie es letztendlich da weitergeht. Ja, wir switchen einfach mal rüber zu den Announcements. Ihr seht hier, wir sind gerade im Discord. Wir haben natürlich mal geschaut, was gibt es hier Neues und hier wird halt eben auch ganz klar erklärt, der Final Checker für den Airdrop ist ab kommenden, also ab 21. Oktober verfügbar. Es gab ja viele Reklamationen auch im Discord hier, dass Leute unzufrieden sind mit der Allocation von Airdrop und es gibt halt eben eine, die bekommen weniger Punkte, es gibt eine, die bekommen viel Punkte. Es ist unklar, wie das zusammengewürfelt wurde etc. Und deswegen wird es am 21. Oktober, also quasi nächste Woche, einen neuen Checker quasi geben. Nächste Woche Montag müsste das, genau nächste Woche Montag, also gibt es jetzt einen neuen Checker. Was wichtig ist, das ist nochmal nur der Airdrop Checker. Das heißt, hier steht es auch nochmal drin, 21. Oktober heißt nicht Airdrop, sondern am 21. oder ab 21. Oktober könnt ihr nochmal beprüfen, was euch zum Airdrop letztendlich zusteht. Das heißt, ihr könnt euren Airdrop noch nicht claimen. Ja, 21. wie gesagt, neue Kalkulationen für euren Airdrop. Claimen geht halt eben da noch nicht. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ja, wir switchen dazu einfach mal in unseren Airdrop Checker. Also die Website dazu ist grassfoundation.io, keine andere Website. Also ihr könnt auf keiner anderen Website den Airdrop claimen. Das bedeutet, wichtig ist grassfoundation.io, packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Nur über diese Seite, keine andere Seite. Könnt ihr überprüfen, welcher Airdrop euch zusteht. Und letztendlich könnt ihr dann irgendwann claimen. Das wird noch nicht am 21. Oktober sein. Das heißt, hier haben wir eine Rekalkulation von unseren Token, die wir bis jetzt haben. Beziehungsweise claimen könnten, wenn es irgendwann mal so weit ist. Ja, sondern wichtig, dass ihr halt eben nirgendwo anders eine Kalkulation anstellt. Oder irgendwo die Räume, euch nur die Wallet leer. Das ist extrem wichtig. Ja, ihr seht quasi hier die Aufteilung. Und ihr seht hier in der Closed Alpha mit 1077 grass, mehr oder minder das, also das meiste von dem ganzen Claim Drop, seht ihr hier in der Alpha Phase. Das heißt, das ist mittlerweile auch schon über ein Jahr her, wo wir mit grass angefangen haben. Wir haben ja immer mal wieder darüber berichtet. Wir haben halt eben für die Closed Alpha 1077 grass dafür bekommen, als Token, die halt eben auch mal geklemmt werden können. Ihr seht hier in der Epoche 1 waren es auch noch 441. Es sind halt eben dann auch mehr oder minder immer weniger geworden in den ganzen Epochen. Und die aktuelle Epoche, die Bonus Epoche läuft, glaube ich, noch so weit, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und so sieht letztendlich das Ganze aus. Ihr seht hier, der Anspruch bei mir sind aktuell 2209 grass Token. Das kann natürlich sein, dass sich das am 21. Oktober drastisch ändert. Ich weiß es aktuell nicht, aber so sieht es halt eben momentan aus. Und hier nochmal wichtig, wenn ihr hier auch weniger stehen habt. Das heißt, wenn ihr hier weniger Tokens zum Claimen stehen habt und so weiter und so fort. Das ist nur erstmal der Airdrop. Ihr müsst halt eben sehen, dass auch monatlich was mal rumkommt. Das heißt, wenn ihr damit im Monat, keine Ahnung, noch 20, 30 grass macht, letztendlich, dann kann sich das lohnen. Ich habe Preise für euch mit im Gepäck heute. Die sind zwar noch nicht zu 100% fest, aber es zeichnet sich auf jeden Fall eine Spur ab. Ja, seht ihr hier nochmal, also wie gesagt, unsere Punkte. Wichtig ist halt eben dranbleiben. Und wenn das wirklich 2209 grass Token sein werden und das wird bei dem aktuellen Kurs, dann wird es natürlich für euch, für die Community nochmal ein riesendickes Dankeschön geben, weil ihr habt das halt eben möglich gemacht durch eure Unterstützung, den ihr unseren Link benutzt habt. Da haben wir auch natürlich in der einen oder anderen Epoche noch den einen oder anderen grass Token mehr dazu bekommen. Ihr kennt die Geschichte ja. Ja, wir gucken mal so in die Preisrichtung. Was ist wahrscheinlich für viele interessant, die meisten haben sich so ein bisschen orientiert an Wales Market. Da könnt ihr ja quasi gucken, was ist das im Pre-Market wert, was kriegt man denn so für Punkte. Und ihr seht halt eben hier den Kurs mit 0,0005 US-Dollar Cent quasi oder US-Dollar für ein Crash Point. Aber hier, es geht hier quasi um die Crash Points. Also wichtig ist, ihr seht hier quasi die Crash Points. Also hier geht es nicht um den Crash Token, sondern es geht um die Crash Points. Ihr seht dann auch ein Dashboard zum einzigen Punkt, die ihr gesammelt habt. Keine Ahnung, 15, 20,000, das sind auch ein Crash Points. Und jetzt gibt es den Crash Token. Das sorgt natürlich dafür, dass hier, warum soll ich jetzt Crash Punkte verkaufen? Weil guckt mal hier, verkauft Anna 251.000 Punkte. Und das sind keine 251.000 Crash Token, weil das wäre krass, weil das nämlich auch jede Menge Geld letztendlich ist. Aber wie gesagt, in Wales Market geht es um die Crash Points, nicht zu verwechseln mit den Crash Token letztendlich. Und dadurch, dass halt eben jetzt auch drei Exchanges dementsprechend auch der Token jetzt im Pre-Market ist, seht ihr hier, klappt natürlich auch der Kurs weg, was die Crash Points angeht. Und zwei Exchanges möchte ich euch zeigen jetzt gleich, wo gerade gehandelt wird. L-Bank ist auch mit am Start, da komme ich aber leider nicht drauf auf die Seite. Warum auch immer bei L-Bank, das ist ein Exchange, könnt ihr auch den Crash Token handeln. Die sind heute auch mit dem Pre-Market gestartet. Ja, wir gucken uns mal als Nummer 1 OKX an. Das hatte ich ja schon mal vorangekündigt bei uns in der Telegram-Gruppe. Deshalb seit gestern ist es möglich, bei OKX Crash zu handeln im Pre-Market. Das heißt, das ist so eine Art Vorverkauf, wo ihr Crash Token kaufen könnt. Ihr seht hier aktuell, der Kurs, ich aktualisiere es nochmal, der Kurs schwankt auch sehr. Ihr seht hier aktuell, es wird halt eben seit gestern, genau gestern um 10 Uhr, gestern früh war das glaube ich gewesen, ist Crash bei OKX handelbar. Ihr seht hier aktuell den Preis. Das heißt, theoretisch, und es ist wichtig, ich muss sagen, theoretisch ist es möglich, dass zu dem Preis der Crash Token auf den Markt geworfen wird. Ja, ich meine, jetzt sind bei 3 Exchange auf dem Pre-Market. Jetzt wird quasi so geguckt, verkauft sich das? Wie viel kostet der Token letztendlich? Was kommt rein an Volumen sozusagen? Das wird jetzt halt eben auf mindestens 3 Exchangen getestet. Und das ist richtig gut, meiner Meinung nach. Und das wäre natürlich echt gut, wenn es die 99 halten werden. Aber rein erfahrungsgemäß, sobald der Airdrop draußen ist, ihr könnt das claimen, werden alle ihren Airdrop verkaufen. Und dann geht natürlich der Kurs wieder so tief in den Keller, dass es halt eben immer letztendlich schwierig ist. Ja, also verlasst euch bitte nicht drauf, aber so könnte es aussehen. Ja, das ist ja nicht die einzige Quelle. Und zwar wird auch bei BitGet aktuell im Pre-Market der Crash Token gehandelt. Ich aktualisiere nochmal die Seite, damit wir hier frische Informationen bekommen. Ihr seht hier quasi auch den Verlauf. Ihr seht halt eben hier, was wurde gekauft, was wurde verkauft. Seht ihr hier, es wurde halt eben was für 2,4, das sind jeweils 1.000, wenn ein Kader hinter steht. Ihr seht halt eben das, für was es gekauft wurde. Auch hier drüben seht ihr, für was es verkauft wurde. Das heißt, hier wird schon ordentlich getradet. Ja, und das ist halt eben ein relativ gutes Zeichen, sage ich jetzt mal. Das heißt, man ist dabei, hier letztendlich zu traden. Ihr seht hier, das Volumen ist halt eben momentan nicht so extrem hoch aktuell. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, die sind jetzt auch erst an den Start gegangen. Heute war das heute. Ich dächte ja. 15.10.10 Uhr. Genau, das heißt, heute ging es los mit dem Traden. Hier bei BitGet. Ihr seht halt eben hier gerade mal ein Volumen von 68.000 in den letzten, was haben wir jetzt, 10 Uhr war das, glaube ich, heute gewesen. Na ja, jetzt ist es 18 Uhr, ja, 8 Stunden, beziehungsweise, das war UTC, war gegen Mittag, 6 Stunden, 68.000. Ist jetzt auch nicht so das mega hohe Volumen, aber es kommt halt eben noch dazu, dass zum einen bei OKX das Trading, also im Pre-Market, das ist wichtig, dass es so eine am Vorverkauf im Pre-Market gehandelt wird, letztendlich. Das heißt, OKX hat seine Kunden, Geldgeber, wie auch immer Investoren, BitGet natürlich auch, das spült natürlich auch Geld rein in die Liquidität und L-Bank ist halt eben auch ein Pre-Sale. Ich bin mir sicher, dass halt eben auch noch die ein oder andere Exchange gerade mit am Start ist. Wichtig und gut ist, dass halt eben der Crest-Token hier angeboten wird. Das heißt, bei L-Bank habe ich es gesehen, hier bei OKX und bei BitGet. Das heißt, hier kann schon mal der erste Benchmark erstellt werden. Okay, was kostet der Token ungefähr? Viele haben so spekuliert auf 1 Dollar, 1,50 Dollar. Da muss ich sagen, ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das wäre natürlich eine richtig geile Geschichte, wenn wir hier quasi mit so einem Preis rausgehen würden. Also mit einem Euro pro Crest, das wäre natürlich richtig, richtig gut, weil dann seht ihr mal, was das hier bringen könnte. Ja, aber man weiß es nicht, auch der Preis kann nach unten gehen und sobald alle hier ihre Tokens claimen, hier sozusagen und alle halt eben verkaufen, dann wird natürlich wieder eins passieren. Der Kurs geht halt eben dementsprechend rapide nach unten. Die Geschichten kennt ihr ja letztendlich. Ja, ansonsten, ich hoffe für uns, für euch, für alle, die im Crest mit dabei sind, dass sich wirklich die Preise so halten, dass wir hier, was weiß ich, mit einem Dollar rausgehen pro Crest-Token und dass sie halt eben mit einem Airflop ein bisschen was mitnehmen. Wichtig ist halt eben, es geht nach dem Airflop weiter. Das heißt, ihr bekommt dann halt eben auch regelmäßig eure ganz normalen Crest-Einnahmen, die ihr letztendlich so erzielt. Das heißt, das Projekt ist nach dem Airflop ja nicht tot, sondern ihr habt dann danach immer noch die Möglichkeit, weiterhin mit Crest Crest-Token zu sammeln. Und vielleicht geht auch der Kurs noch nach oben, ich weiß es nicht. Ich habe da leider keine Klauzkugel, wo ich reinschauen kann. Aber auf jeden Fall wichtig ist, Crest geht los. Ihr seht es hier, Pre-Market auf den beiden Webseiten ist am Start. 21. Oktober gibt es eine neue Kalkulation für Airflop. Und irgendwann, wie gesagt, am 21. kann noch nicht geclaimt werden, sondern das ist nur das Motor-Checker für die neue Kalkulation sozusagen. Irgendwann geht es los. Und ich wünsche uns, euch, mir, wie auch immer, aber das meiste geht natürlich an euch raus, soll auch rausgehen. Ich wünsche euch, dass es wirklich ein guter Airflop wird, dass auch der Preis dementsprechend so bleibt, weil dann lohnt sich das letztendlich auch das Ganze. Ja, das war es von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage, bis später. Ciao. Ciao.